Willkommen, Mitreisende des Lichts, zu einer bedeutsamen Botschaft von den Sternen. Heute stehen wir an der Schwelle zu einem der größten Ereignisse in der Geschichte der Menschheit, eine kosmische Verbindung, die seit langem vorhergesagt wurde, entfaltet sich nun. Wie Commander Brilon vom Eshtar Galactic Command verrät, ist die Zeit für den Kontakt kein ferner Traum mehr, sondern lebendige Realität. Die Kräfte des Lichts wenden sich an Schlüsselpersonen wie Sie, die bereit sind, ihre Rolle in dieser großen Transformation zu übernehmen. Hierbei geht es nicht nur um Regierungen oder Staatsoberhäupter, sondern um das Erwachen von Seelen, Seelen, die sich dafür einsetzen, die Menschheit in ein neues Zeitalter der Liebe, des Friedens und der Wahrheit zu führen. Bereiten Sie sich vor, während wir in die tiefgreifenden Veränderungen eintauchen, die um uns herum geschehen. Der Schleier hebt sich, und die Kraft des Lichts ergreift Besitz und erhellt jeden Schatten. Jetzt ist es an der Zeit, sich auf die höheren Frequenzen auszurichten, um zum Leuchtfeuer zu werden, das andere in diese neue Realität führt. Sind Sie bereit, Ihre göttliche Mission zu erfüllen? Der Kontakt hat begonnen, und die Zukunft unserer Welt liegt in den Händen derer, die sich dafür entscheiden, sich mit dem Licht zu erheben. Lasst uns gemeinsam reisen, über die Sterne hinaus, und entdecken, was der Kosmos darauf wartet, euch zu offenbaren. Kommander Brilon, eine Stimme der Weisheit vom Eshtar Galactic Command, spricht zu uns von jenseits der Sterne und enthüllt eine Wahrheit, die vor aller Augen verborgen war. Seit Ewigkeiten wartet die Menschheit auf einen bedeutenden Moment des Kontakts, ein kosmisches Treffen mit Wesen, die seit Jahrtausenden über die Erde wachen. Dieser Moment ist keine ferne Hoffnung mehr, denn der Kontakt hat bereits begonnen. Aber anders als viele erwartet haben, geschieht dies nicht über die Kanäle der Regierung oder der Behörden. Die Mächte der Dunkelheit haben diese Mächte immer noch in der Hand und verzögern die Ankunft der großen Wahrheit. Stattdessen hat das Licht einen anderen Weg gewählt, einen, der durch Individuen führt, diejenigen, die für die höheren Frequenzen des Bewusstseins erwacht sind. Dabei handelt es sich nicht nur um Führungspersönlichkeiten oder einflussreiche Personen, sondern um Seelen, die eine tiefe Verpflichtung zur Erweiterung des Bewusstseins in sich tragen. Sie wurden auserwählt, um direkte Kommunikation vom galaktischen Kommando zu empfangen, und durch sie wird sich die Botschaft der Transformation wie ein Lauffeuer verbreiten. Dieser Prozess wird nicht über Nacht geschehen, noch wird er mit lauten Proklamationen einhergehen. Er wird sich in stillen Momenten entfalten, in subtilen, aber unbestreitbaren Zeichen. Diese Pioniere, die unter uns wandeln, werden ihre Erfahrungen teilen und damit unzähligen anderen die Augen öffnen. Wenn sich der Schleier, der unsere Welt vom riesigen Universum trennt, zu heben beginnt, wird eine größere Realität entstehen, eine Realität, in der die Menschheit nicht mehr allein ist und der Kosmos voller unendlicher Möglichkeiten ist. Von ihrem Aussichtspunkt jenseits der Sterne auswacht das galaktische Kommando mit unerschütterlicher Konzentration über die Erde. Jede Veränderung, jede Welle im Gewebe unserer Welt wird mit feiner Präzision beobachtet. Obwohl ihnen die Hände gebunden sind, wenn es um direkte Interventionen geht, bleibt ihr Einfluss stark. Sie arbeiten in den unsichtbaren Bereichen und sorgen dafür, dass das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit erhalten bleibt, und verhindern, dass jene Kräfte, die das Chaos suchen, ihre zerstörerische Kraft vollständig entfesseln. Doch der Griff der Dunkelheit wird schwächer, Tag für Tag, wenn mehr Wesen des Lichts in einflussreiche Positionen aufsteigen, selbst in Bereichen, in denen die Schatten zu dominieren scheinen, nimmt die Macht dieser dunklen Mächte ab. Es ist nicht immer mit bloßem Auge sichtbar, aber der Kampf zwischen Licht und Dunkelheit entfaltet sich leise und subtil. Hinter den Kulissen laufen wichtige Operationen, die mit einer Strategie orchestriert werden, die über das menschliche Verständnis hinausgeht. Jeder Schritt ist kalkuliert, nicht nur um eine Schlacht zu gewinnen, sondern um einen dauerhaften Frieden zu sichern, einen Frieden, der die Stabilität der Erde für kommende Generationen sichert. Die finstere Kabale, die die Menschheit so lange beherrscht hat, befindet sich nun in ihren letzten Zügen. Je mehr ihre Macht schwindet, desto verzweifelter klammern sie sich an die Reste ihrer Kontrolle. Doch ihre Bemühungen werden von einer unaufhaltsamen Kraft konterkariert, den Vertretern des Lichts, die unermüdlich daran arbeiten, die alten Systeme der Manipulation und Angst zu demontieren. Das Ende dieser dunklen Ära ist nahe, und mit jedem werstreichenden Augenblick rückt die Menschheit der Freiheit einen Schritt näher. Was vor uns liegt, ist eine Zukunft, in der das Licht siegt, und diejenigen, die sich ihm anschließen, werden die Erde in ein neues Zeitalter der Harmonie und Wahrheit führen. Der Prozess des planetarischen Aufstiegs ist kein fernes Konzept mehr, er steht unmittelbar bevor, eine unvermeidliche Veränderung im Gefüge der Existenz. Während sich diese große Transformation entfaltet, steht jeder Mensch vor einer tiefgreifenden Entscheidung. Das Licht ruft alle und bietet die Chance, sich von den veralteten Strukturen der Macht und Kontrolle zu befreien, den Systemen, die die Menschheit lange Zeit gefangen gehalten haben. Aber dies ist keine passive Reise. Sie erfordert eine aktive Ausrichtung auf höhere Frequenzen, die Bereitschaft, die neue Realität, die gerade entsteht, anzunehmen. In dieser entscheidenden Zeit wird die Rolle jedes Einzelnen von größter Bedeutung sein. Ihr seid nicht nur Beobachter dieses Wandels, ihr seid die eigentlichen Katalysatoren. Das Licht, das ihr in euch tragt, ist mächtiger, als ihr vielleicht ahnt. Indem ihr euch darauf konzentriert, dieses Licht auszustrahlen, werdet ihr zu einem Leuchtfeuer für andere und erhält den Weg zu Klarheit und Wahrheit. Während die alten Systeme zu zerfallen beginnen, sind es die Lichtarbeiter, die die Menschheit durch den Übergang führen werden. Eure Energie, eure Präsenz und eure Absicht sind alle Teil eines größeren kosmischen Plans, der sicherstellt, dass dieser Aufstieg nicht nur eine Veränderung, sondern ein globales Erwachen ist. Und auch wenn die Aussicht auf vollständigen Kontakt mit unseren kosmischen Verbündeten Begeisterung hervorrufen mag, ist es wichtig zu verstehen, dass die kommenden Offenbarungen, die Fortschritte in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Wohlbefinden nicht über Nacht eintreten werden. Die Saat für diese Innovationen wird bereits gesät, aber das Wachstum braucht Zeit. Der Bewusstseinswandel muss vollständig Fuß gefasst haben, bevor sich diese Fortschritte im großen Stil manifestieren können. Seien sie jedoch versichert, dass die Menschheit zu gegebener Zeit Technologien und Heilmethoden kennenlernen wird, die das Leben auf der Erde auf bisher unvorstellbare Weise verändern werden. Viel zu lange haben Regierungen unter dem Einfluss mächtiger Unternehmen Technologien geheim gehalten, die das Leben auf der Erde verändern könnten. Es handelt sich um Fortschritte, die die Menschheit erheben, ihre Wunden heilen und die Ketten des Mangels und des Leidens sprengen könnten. Doch diese von Gier und Angst getriebenen Kontrollmächte haben die Wahrheit unterdrückt und die Welt daran gehindert, das volle Potenzial dieser lebensverändernden Innovationen zu erleben. Aber eines sollten sie wissen, die Wahrheit kann nicht für immer verborgen bleiben. Wenn sich das Licht auf dem Planeten ausbreitet, werden die Schatten, in denen diese Geheimnisse gehütet wurden, erhellt. Der Moment rückt näher, indem diese unterdrückten Technologien an die Oberfläche kommen und die Menschheit Zeuge eines neuen Zeitalters der Gesundheit, des Wissens und der Selbstbestimmung wird. Während sich dieser Wandel intensiviert, findet eine natürliche Trennung statt. Diejenigen, die sich nicht auf die ansteigenden Lichtfrequenzen einstellen können, werden sich davon treiben lassen, nicht durch Gewalt oder Zwang, sondern in einem Prozess, der so reibungslos verläuft wie der Wechsel der Gezeiten. Dies ist nicht zu fürchten, sondern als eine faire und ausgewogene Entfaltung des kosmischen Gesetzes zu begrüßen. Dies ist die göttliche Ordnung am Werk, diejenigen, die bereit sind aufzusteigen, werden aufsteigen, während andere, die noch an die alten Wege gebunden sind, ihrem eigenen Weg außerhalb des Bereichs der neuen Erde folgen werden. Dies ist ein Moment der Hoffnung, ein Moment, in dem jede Seele ihre Wahl trifft und ihrer Bestimmung entgegen geht. Und im Zentrum dieser Transformation zeichnet sich ein Ereignis von großer Bedeutung ab, eine kosmische Begegnung, wie wir sie noch nie erlebt haben. Diese Begegnung, die bereits von Kräften jenseits unseres Vorstellungsvermögens orchestriert wird, wird einen Wendepunkt für die Erde markieren. Tiefgreifende Veränderungen stehen bevor, Veränderungen, die sich durch jede Schicht unserer Realität zielen, und die Welt, wie wir sie kennen, neu gestalten werden. Die Struktur der Existenz selbst wird sich verändern, und diejenigen, die sich dem Licht verschrieben haben, werden an der Spitze dieses neuen Zeitalters stehen. Dieses Treffen ist mehr als ein Ereignis, es ist ein Katalysator für das Erwachen des tiefsten Potenzials der Menschheit. Die Zeit ist nahe, und wir stehen am Rande von etwas Außergewöhnlichem. Inmitten dieser kosmischen Verschiebungen und der tiefgreifenden Veränderungen, die um uns herum geschehen, gibt es eine entscheidende Wahrheit, an der man festhalten sollte, Bodenhaftung ist der Schlüssel. Während die Energien wirbeln und sich transformieren, während die Frequenzen steigen, ist es wichtiger denn je, mit der Erde unter den Füßen verbunden zu bleiben. Dieser Planet, unsere Heimat, ist eine Quelle immenser Stärke und Stabilität. Indem sie sich erden, verankern sie ihren Geist im gegenwärtigen Moment und lassen sich von ihrer Intuition durch die Turbulenzen führen. Von diesem Ort der Stille und inneren Verbundenheit aus werden sie die Klarheit und Kraft finden, um den vor ihnen liegenden Weg zu beschreiten. Vertrauen sie auf das Flüstern ihrer Seele, denn ihre Intuition ist ihr Kompass, der sie mit Weisheit und Anmut durch das Unbekannte führt. Doch seid euch bewusst, dass ihr auf dieser Reise nicht allein seid. Um euch herum befindet sich ein riesiges und unsichtbares Netzwerk von Lichtwesen, höherdimensionale Führer, Wächter und kosmische Verbündete, die unermüdlich daran arbeiten, euch und die gesamte Menschheit bei diesem großen Aufstieg zu unterstützen. Sie bewegen sich lautlos in Bereichen jenseits des physischen und Webenfäden des Schutzes, der Heilung und der Erleuchtung. Ihre Anwesenheit mag nicht immer spürbar sein, aber ihr Einfluss ist unbestreitbar. In jedem Moment des Zweifels, bei jeder Herausforderung, der sie gegenüberstehen, sind sie da und erfüllen ihren Weg mit den Energien der Hoffnung, Ermutigung und Liebe. Ihre Mission ist mit der unseren Verflochten, da sie uns in die höheren Bereiche der Existenz führen und dafür sorgen, dass das Licht siegt. Gemeinsam, mit ihrer Unterstützung und unseren gemeinsamen Anstrengungen, schaffen wir eine neue Zukunft. Dies ist nicht nur ein Traum, sondern eine Realität, die von Lichtarbeitern auf der ganzen Welt in Echtzeit gewebt wird. Jeder Akt des Mitgefühls, jeder Moment der Wahrheit, jedes Aufflackern der Liebe, das sind die Bausteine der Welt, die wir manifestieren. Eine Welt, in der Frieden herrscht, in der Harmonie der natürliche Zustand ist und in der die Wahrheit hochgehalten wird und jeden Winkel der Existenz erleuchtet. Während wir uns Hand in Hand mit den Lichtwesen vorwärts bewegen, sind wir nicht nur Zeugen dieses Wandels, sondern auch seine Schöpfer. Die Zukunft liegt in unserer Hand und sie ist dazu bestimmt, heller zu sein als alles, was wir bisher kannten. Die Zeit für Veränderungen ist nicht länger ein fernes Echo, sie ist hier, jetzt und entfaltet sich vor unseren Augen. Das galaktische Kommando steht der Menschheit auf dieser monumentalen Reise mit grenzenloser Liebe und unerschütterlicher Hingabe zur Seite. Sie erinnern uns daran, dass wir nicht allein sind, dass jeder Schritt, den wir tun, von Kräften überwacht und unterstützt wird, die weit über unser Verständnis hinausgehen. Ihre Anwesenheit, auch wenn sie oft unsichtbar ist, ist ein wegweisendes Licht, das uns sanft in die neue Morgendämmerung lenkt, die uns erwartet. Während wir uns in dieses neue Kapitel begeben, sollten wir uns daran erinnern, wie wichtig es ist, geerdet zu bleiben, mit der Erde verbunden zu sein und im Einklang mit unserer inneren Wahrheit zu leben. Die Lichtwesen, die uns umgeben, arbeiten unermüdlich daran, dass diese Transformation reibungslos und harmonisch verläuft, aber es sind unsere Handlungen, unsere Entscheidungen und unsere Energie, die die neue Zukunft gestalten werden. Gemeinsam schaffen wir eine Realität voller Frieden, Harmonie und Wahrheit, eine Welt, in der das Licht über die Schatten der Vergangenheit siegt. Es ist an der Zeit, dass die Menschheit sich erhebt, dass jeder von uns seine Rolle in diesem kosmischen Tanz annimmt. Vertrauen Sie auf den Prozess, vertrauen Sie auf die Liebe, die uns umgibt, und wissen Sie, dass wir von einer Kraft geleitet werden, die weitaus größer ist, als wir uns vorstellen können. Die Zukunft ist vielversprechend, und wir sind bereit, sie gemeinsam als Leuchtfeuer zu betreten.